Wir sind hier auf dem Betrieb von Simon Pfanderer und er baut Süsskartoffeln an. Simon, dein Tipp, wie waren die am besten zubereitet? Zuerst muss ich sagen, dass ich für die Produktion zuständig bin. In der Küche ist meine Frau zuständig, da sind wir sehr traditionell unterwegs. Ich persönlich habe den Süssertöpfel am liebsten geschnitten in kleinen Bisschen, mit Rapsöl übergossen und dann so im Ofen, vielleicht in 4 Stunden 20 Minuten, und dann sind sie perfekt lang. Was auch fein ist, ist ein Linsencurry mit Süssertöpfel oder auch ein Herdöpfelgratin mit normalen Herdöpfeln plus Süssertöpfel.